Ist das nicht der Hammer? Es werden immer wieder sensationell große Don Kaulbarsch Trophies gefangen auf dem unmöglichsten Setup. Es ist doch der Hammer. Don Kaulbarsch an diesem Spot soll er wieder funktionieren. Ja, ich habe auch schon einige wieder gezogen und what the heck, dem Fisch ist anscheinend alles shitty gall. Der frisst von Hakengrößen A bis Z, der frisst von Vorfachstärken, total egal und es ist der Hammer, wenn man sich das anschaut. Don Kaulbarsch auf Vorfachsmaterial 36 Kilo mit 18er Haken, mit 20er Haken, mit 24er Haken, mit 6er Haken, 1er Haken. Einfach zu wild. Wenn man sich anschaut, worauf der Don am Donnetz beißt, ganz ganz anderes Ding. Hier am Windenbach immer noch die Königsdisziplin, hier den Don zu fangen und Nordlichtguru hatte jetzt vor kurzem erst seine Don Trophy hier gefangen. Und dann tatsächlich auf so einem Setup hier. Heißt also mit einem dicken fetten Vorfachsmaterial, mit einem 24er Haken, Mistwurm und zack hat er geschrieben. Ich glaube zweiter Fisch ballert die Trophy rein mit über 250 Gramm. Ganz 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 wilder Scheiß. Also nachts teste ich jetzt gerade wieder aktiver. Immer mal wieder nachts hier an den Spot. Aber worum geht es eigentlich? Ich will jetzt gleich noch schön auf Haseln gehen und ein bisschen Kohle machen. Denn wenn man die Nacht schon hier verbringt, muss man ja tagsüber dann auch das Ganze kompensieren. Auf so einem Setup ist die Frequenz nicht so ganz geil. Also da gibt es schon, wenn man da mit feinerem Setup unterwegs ist, deutlich mehr Bisse. Und ja, ich sag mal, man kann es ja auch mit feinerem Setup hier machen. Also ich glaube, ich würde mich auch, also ich teste das jetzt ein paar Tage so auf diesem großen Setup, dieses übertriebene. Oder ich lasse eine Route die ganze Zeit so. Und dann habe ich aber trotz allem nebenbei eben noch zwei Setups so ausgebaut, dass es immer noch fein ist und ein bisschen filigraner. Eben auch für den ganzen Beifang. Denn hier an der Stelle ballern übelst die Muscheln rein. Für dich also, wenn du Bock hast auf Goldköderfarben, Muschelnfarben, dann ist das hier auch gerade richtig gut. Nicht nur die Kaulbarsche, Flusswandermuscheln, richtig viele. In der vorletzten Nacht fünf Stück davon gehabt, ne sechs Stück gehabt. Eine ist kaputt gegangen beim Auseinandernehmen. Hat das also nicht funktioniert. Aber zack, da ist er wieder, der kleine Don. Leider jetzt hier auch auf dem 24er Haken nur so ein ganz Lütter. Aber immerhin der Don. Auch wieder hier auf 36 Kilo Vorfachsmaterial. Ist der Hammer, oder? Es ist einfach der Hammer. Dem Fisch ist alles egal. Ganz, ganz wild, ey. So, da zubbelst auch gerade nochmal los. Und gleich geht es dann an den nächsten Spot. Zack, der nächste Don. Ha! Der Don in den Morgenstunden, Alter. Achso, äh, geklippt hier auf zehn Meter. Zehn Meter geklippt hier an die Stelle. So ein bisschen hier mehr so, also ziemlich genau Nordwesten, West, Nordwest. Ähm, und dann, ja, zehn Meter raus. Bisschen verschiedene, verschiedene Hakengrößen jetzt gerade dran. Das teste ich auch nochmal. Und dann ballern hier die Kaulbarsche rein. Wie gesagt, die Muscheln, die Dons. Auch übrigens, äh, die andere Muschel auch noch, die offene. Also geht da alles ganz gut. Jetzt geht es allerdings gleich ans Haselnkloppen. Denn das ist auch ganz effektiv eben für den Tag. Da kann man ein bisschen Kohle machen. Da kann man schön Skillpunkte machen fürs Posenangeln. Und dafür gehen wir dann gleich an den nächsten Spot. Und als nächstes geht es jetzt ans Haselnkloppen. Das heißt, wir suchen uns eine schöne, entspannte Route. Und zwar in dem Fall eine olle Bollo. Die kostet hier keine 60 Silber. Äh, hat auch nicht so viel Tragfähigkeit. Reicht aber gänzlich. Und mit diesem guten Gerät gehen wir jetzt gleich schön auf Hasel. Warum mit der ollen Bollo? Weil das Stippen irgendwie ätzend ist. Nicht für jeden. Stippen macht auch zwischendurch immer mal wieder Bock. Aber ich kann eben gut nachvollziehen, dass man irgendwie keinen Bock hat aufs Stippen. Weil man mit dem Stippen immer genau den Anschlag setzen muss. Es muss genau getimt sein und so weiter und so weiter. Das ist beim Bolloangeln nicht viel anders. Aber man hat den Vorteil, dass man, wenn ein dicker Fisch reingeht, dass man den auch noch müde drillen kann. Man hat einfach die Rolle unten dran und das macht das Ganze eben deutlich entspannter. Nichtsdestotrotz muss man das Timing auch immer noch haben, dass man im richtigen Moment anschlägt, damit die Hasel dann eben auch gehakt wird. Auswerfen. Nicht so viel Schnur auf der Oberfläche treiben lassen. Schön immer gucken, dass das so passt. Am besten immer so ein bisschen mitlaufen oder mitgehen, mitführen mit der Maus. Und dann in dem Moment, wo das Ding halt runter geht. Ich habe hier die Rolle auf 50. Einholgeschwindigkeit 50. Hoppala, das war zu früh. Einholgeschwindigkeit 50 eingestellt. Und mit Einholgeschwindigkeit 50 plus Shift plus schnellen Einkurbeln. Da geht es dann rein. Und zwar in dem Moment, wo es jetzt gleich runter geht. Die zuppelt. Na komm. Nicht so viel Schnur auf dem Wasser. Was ist das denn? Das ist ein Rotauge. Oh, das zuppelt aber lang. Jetzt. So. Und dann ran damit. Schöne Hasel sogar. 136. Das sind genau die Haseln, die wir haben wollen. Ab dem Gewicht macht es halt auch richtig Bock. Und auch kohlemäßig richtig gut. Plus XP. Also das ist für den Anfang, ist ja auch in den ganzen Start-Tutorials immer wieder hier erklärt. Das ist für den Anfang richtig top. Hier stehst du natürlich anfangs mit der Stippe. Genau, hier war dieses komische Gezuck. Jetzt erst hin. Und ach, nicht gehakt. Passiert natürlich immer noch. Auch mit der Bollo. Aber das ist für mich einfach das Entspanntere. Man kann einfach nur einkurbeln. Ich muss nicht so ganz genau den Anschlag setzen. Oder so ein bisschen nach links ziehen kann man ja mit der Stippe. Oder nach rechts ziehen. Wie je nachdem, wie man halt gerade mit der Strömung steht. Und es ist, wie gesagt, für mich das deutlich leichtere. Und es kommt dem Matchangeln dann deutlich näher. Das heißt, wenn man später mit der Matchroute hier steht, dann ist das ganz ähnlich. Das heißt, man kurbelt dann einfach nur noch ein. Und zack, hat man den Fisch relativ leicht gehakt. Ist, würde ich sagen, sogar die leichteste Methode. Boah, schon ein paar sogar, ja. Ja, die leichteste Methode, wie man dann Fische hakt. Einfach mit der Matchmethode beim Posenangeln. Super easy. Ja, wie gesagt, auch hier an der Stelle gar nicht so schlecht. Ein paar Haseln hatte ich schon gefangen in dem Gewicht. Kann man wirklich ganz gut machen. Es lübt auch schon gerade ganz gut wieder los. Ich hatte in den letzten Abendstunden, bevor ich gerade beim Don-Spot war, da war ich hier, da war es noch so ein bisschen hell. Da ging da noch ein bisschen was. Da habe ich noch ein, zwei gefangen. Und dann, wo es halt dann dunkel geworden ist, zack, zum Don-Spot. Schön auf den Don alles wieder eingestellt. Und jetzt, wenn es wieder hell wird, so fünf, sechs Uhr herum. Oder ich sage mal, so vielleicht gegen sechs. Vielleicht ballert ja morgens noch ein Don rein, ne. Die Chance nehmen wir natürlich gerne mit. Und wenn das jetzt so weit weggetrieben ist, dann gehen wir auch wieder zurück. Zack, werfen wir da vorne hin. Bügel wieder aufmachen. So, und dann gucken, dass gleich der nächste Brocken da reingeht. Wie gesagt, einfach immer schön mitführen und dann im richtigen Moment anschlagen. Tiefe ist eingestellt auf 35 Zentimeter. Relativ klassisch für die Hasel. Wobei man kann auch ein bisschen tiefer gehen. Weit tiefer würde ich, glaube ich, aber auch nicht gehen unbedingt. So 35 Zentimeter ist so der Klassiker. Köder Kombination habe ich hier jetzt schon dran, weil ich ja schon relativ hoch geskillt bin. Ähm, beziehungsweise max geskillt bin im Posenangeln. Wenn ihr noch nicht so weit seid bei der Pose, dann einfach nur die Kasta nehmen. Also das reicht. Vielleicht auch mal, oh, das war vielleicht eine Güster. Hebebiss. Ähm, ja genau. Kasta so als wichtiger Köder. Zuckmücke kann man eben noch mit kombinieren. Oder vielleicht mal eine Made mit dran machen. Ich glaube, das ändere ich gleich mal. Testen wir gleich mal, ob das auch mit der Made geht. Da hatte ich auch schon richtig große Brocken. Zack, jawohl. Und da ist der nächste. Schön, 102. Perfekt. Ballern wir mal drauf hier. Made und Kasta in Kombi. So. Ja, und dann einfach rausziehen, ne? Einen nach dem anderen hier. Hakengröße übrigens, 16er Haken. Ich gehe gleich nochmal auf Setup ein, damit man auch sieht, wie das zusammengebaut ist. Zack. Und der nächste. Jawohl. Läuft. 104. Das ist halt wichtig. Wenn das hier schön, wenn man eine gute Frequenz hat mit, ähm, mit über 100 Gramm Haseln, dann lohnt es sich auch richtig. Zum einen, wie gesagt, von der XP, zum anderen von der Kohle. Dann passt das wirklich gut. Und auch gar nicht so weit wegtreiben lassen, ne? Also wenn er es jetzt so weit weg ist, wenn er jetzt hier, sag mal, ich habe mir immer so eine Grenze gesetzt. Und dann, ja, doch noch gekriegt, sehr schön. Und dann reicht es aber auch irgendwann, ne? Gucken wir mal eben rein. Setup wie folgt. Ich habe hier Mono-Schnur. Gehen wir mal auch im Detail rein. Das ist die Mono-Schnur Invisible. Gibt es eine ganze Serie. Mono deswegen, weil die so eine schöne Dehnung hat. Das heißt, die haben schöne Spannungen. Auch immer wieder gut fürs Stippen zu verwenden. Nicht ganz so dick. Invisible. Keine Ahnung, ob die irgendwie besonders beschichtet ist oder so. Auf jeden Fall ist die richtig schön transparent. Und das eben auch als Mono. Und eben mit einer Tragfähigkeit jetzt hier von 3,7 Kilo. Wir haben eine Tragfähigkeit auf der Route von 3,8 Kilo. Und eine Bremskraft auf der billigsten Rolle hier. Oder die zweitbilligste. Die Spark 3000 von 3 Kilo. Also Set in Gänze. Richtig gut, schön aufeinander abgestimmt. Kann man super so verwenden. Und auch damit natürlich dicke Brocken drillen. Ich verwende das immer hier, das Setup fürs Angeln. Wie gesagt, auf Haseln, auf Frösche immer gerne. Also alles, was kleinvieh ist. Und wo ich halt gerade keinen Bock drauf habe. Da dann eine Stippe zu verwenden. Da klappt das dann immer ganz gut. Joa, so sieht es aus. Das war bisher das Ergebnis. Wie gesagt, vorher schon ein bisschen probiert. Ein paar Minuten. Dann ging es halt in der Nacht hier auf Don und Co. Und jetzt gerade eben hier seit 6 Minuten wieder an dem Spot. Die ersten drei großen Haseln sind schon wieder drin. Also es fängt ganz gut an von der Frequenz. Und kann gerne so weitergehen. Das natürlich jetzt wieder bis in die Abendstunden. Ich denke mal so gegen, ja, so 19, 20 Uhr spätestens mache ich mich dann hier wieder vom Acker. Und dann geht es wieder auf den Don-Spot. Und wir hoffen auf die dicken Brocken. Petri Öle-Milz, wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Immer montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri. Petri.